UNTERTITELUNG Er hat ja nur gesagt, dass du dich ausruhen möchtest. Ich will mich nicht ausruhen. Ich soll dich nicht proben können. Und jetzt zu mir. Wenn er verhammelt. Sven. Vorsicht, steck dir nicht an. Ich hab Krebs. Kannst du spielen? Frag dir nur, ich bin bereit. Er hat keine 15 Minuten durch. Um sich ausruhen ist alles. Hast du was geschrieben? Wenn's gut ist, nehme ich's. Ich hab im Moment nichts. Wo ist Sven? Ich weiß nicht, sollen wir ihn suchen? Ja. Nicht so doll, nicht so doll. Hast du denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Merkt mich nicht. Schreib eh nicht mehr. Und los! Schneller! Ausgeben! 30 Sekunden unter der Tunnelassung, dann kannst du es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost! Du bist so schwach. David, mir geht's gut. Ich bin topfit. Es tut mir leid. Geht nicht anders. Es geht hier um Sven. Ein Schauspieler, der begehrt wird, das ist ein lebendiger Schauspieler. Weil wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sag nicht, dass es dir leidtut! Ihr sagt alle, dass es euch leidtut und ihr habt keine Ahnung! Ihr habt keine Ahnung! Du bist doch meine Schwester dran, oder? Ja. Wenn zwei Minuten nach mir zu weit gekommen ist. Ja. Du hast recht. Zwei Minuten waren viel aus. Ich muss auf dich aufpassen.